Komm runter, du siehst ganz schön nervös aus. Sie sollte dich nicht so aufgeregt sehen. Das wäre ein Fehler, Jungen. Ich möchte sie fragen, ob sie mit mir zusammenzieht. Bist du verrückt? Hi. Da sind wir. Es ist wundervoll. Drei? Ja. Feier! Felt es! Es ist Vincenzos erster Urlaub ohne. Wie wär's mit deiner Schagliatello al Alma Pitane, bevor wir nach Sizilien fahren? Los! Nein! Vincenzo? Oh, Schatz! Was machst du denn hier? Ich fass es nicht. Ich kann nicht mal scheiß normale Ferien machen, ohne dass sich jeder gleich Sorgen um mich macht. Wieso traut mir niemand etwas zu? Ist es wirklich die Zwei-Zimmer-Wohnung? Wieso sagst du nicht die Wahrheit? Nämlich, dass ich dir Angst mache. Ich hatte noch nie jemanden, der sich um mich Sorgen macht, wenn ich Blödsinn anstelle. Du hast echt Glück. Auf diesen Tag habe ich mein ganzes Leben gewartet. Der Tag, an dem sich das hässliche Entlein in einen prächtigen Schwarm verwandelt. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich wie ein Idiot, Leute. Die Aussicht ist wunderschön. Kein bisschen Angst. Zero. Überhaupt nicht. Auf alle Züge an, in die du zufällig einsteigst und die dich an Orte bringen, die du nie erwartet hättest. Auf jeden Fall. Auf alle Züge an. Auf alle Züge. Auf alle Züge. Untertitelung des ZDF, 2020